hallo ihr lieben ich begrüße euch ganz herzlich zur übung der woche heute machen wir was für unseren oberkörper vor allem für die leute die im büro sitzen und den ganzen tag wenig bewegung haben ist das eine super übung die auch im sitzen machen könnt dafür nehmen wir beide hände vor das kinn ungefähr auf diese höhe nehmen dabei aber auch die ellebogen mit hoch und drücken dann feste unsere hände zusammen ihr werdet merken schultern nackenbereich spannt sich komplett an aber wir lassen die schultern und dann feste gegeneinander drücken tief durchatmen und langsam bis zehn zellen dann das ganze direkt im wechsel auseinander ziehen die hände fest ineinander verhaken ellebogen bleiben oben und feste auseinander so könnt ihr direkt die gegenspieler mit trainieren und habt einen guten wechsel zwischen anspannung und entspannung in den unterschiedlichen muskeln auch hier darauf achten dass die schultern unten bleiben und bauch der bauch ist natürlich immer fest angespannt diese übung macht ihr dann im wechsel dreimal ziehen dreimal drücken und je nachdem wie lange ihr könnt desto länger könnte die übung natürlich auch statisch ausüben viel spaß damit und wir sehen uns im nächsten video macht's gut